Okay, also, ich habe jetzt gesehen, dass es bei einem anderen auch so war, dass sie weg war. Gott sei Dank habe ich jetzt noch einen gefunden, bei dem... Ich muss mal ausprobieren. Weil bei denen waren auch keine Motten. Das Problem ist... Ich muss mal kurz in die Steuerung. E. Okay. Kannst du bitte mal kurz weggehen? Ich kann einfach... Ich kann nichts platzieren. Ich drücke ewig, noch nie e gedrückt habe. Hä? Ich verstehe es nicht. Oh, jetzt geht's. Okay. Jetzt muss ich hier durch. Hier lang. Hier lang. Hier lang. Bitte, 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 bitte. Alter, ich sehe nichts. Bitte. girls, bitte, bitte, bitte. No! Goddammit! Slice you up, bitch! I don't need to see to know where you are hiding! You breathe. I could stress my arm out and choke you. I can feel it. You're close. Ah! So, you're still here. I can't be looking that great. This isn't how I wanted to die. I didn't want it to be like this. I should never have come here. It's all my fault. It would have happened anyway. They didn't give a damn about the disease. They only used it to improve the phenoxyl. The moths were the final piece for the cure, and to show the world how much they were. They had noticed how moths were acting on Felton after he caught the disease in Egypt in 58. and the pain. Oh, he deserved it. We were all test animals at the plantation. They used us. They made us believe we had been touched by the hand of God, giving us the disease as a sign. But then, trouble came. The eyes burning. The bandage. The horrible pain in the head. All of this? To just forget. Benoxyl was created as an anti-psychotic drug for war veterans suffering from post-traumatic stress disorder. To forget. The horrors. As a father who ruined his daughter's life, forcing her to live as a man. Felton is. Just like all of us. He was a victim. He could only count on the results of the experiments of the plantation when they withdrew the drug from the market because of its crazy side effects. Wyman, that fucking bastard. Synthesizing parasites and mixing with the drug only showed him he could do better. That it was possible to modify and control memories. Our memories. But we were only able to control the moths and be sick. Very sick. And those damn memories will come up again. Sooner or later. Now I understand. Felton always tell the truth. He just wanted to protect Celeste. From all of this. From himself. From Miss Jennifer. The sessions were for her to just forget. Forget everything forever. And he was the one to push her to leave. And eventually she did. She ran away. But... I still haven't answered questions. It's not too late. This is not your end yet. It may be the end of everything. And maybe we're already dead. And neither of us knows it. I'm not the one who is crazy here. I'm not the one who is crazy here. Maybe we both are. You could have been one of us. No. I couldn't have. Yes, you could have, sister. But I could never forget that day. All the screams. The flames. How could you? You wanted to propagate it as a sign of God. This was not a gift. This was not from God. It was fucking stupid science. And those two things have never been compatible. We believed it. It's true. And we were wrong. But you left us there to die. I don't... I don't know. I don't remember. I can't remember. It's all confusing and I... I don't... Anyway, it's over now. No. I don't want to die rotting in hatred. I've hated all my life. I don't care anymore. It doesn't matter who you were. What we were. You are what you have become. Look at yourself. I'm... Nothing like this. This is all just farce, discount store garbage. You know... Now I remember when I was young. And I would lie on the grass. Oh, I loved doing this. I would stay for hours... Staring at the emptiness. And seeing myself somewhere else. Where I could go far away. And now... All these memories hurt. All... That hurt so much. Why can't we just forget? Why? Why? Why do we have to remember? Because... That is how we save our memories from Obivio. She is still alive. You will find her. I know you will find her. On top of the world. What? What? If God is real... I hope he is made of this love. I hope you will most forgive me one day. I already have. Bad habit. Smoking. Forgive me. Forgive me. Forgive me. giving me. My name is Sad. Untertitelung. BR 2018 What was in the bag? What did she find? A goodbye. A goodbye that spoke of hope. Hope? Do you mean to say that, despite everything, she was not resigned to the idea of finding her? No. Not at all. Oh, new world is like us. Oh, dear. Oh, dear. My hand. Love is just so long. Oh, new world is cutting us. Everything will be apart. And the black rose will burn to keep our dignity. And the black rose will burn to keep our dignity. And the black rose will burn to keep our dignity. And the black rose will burn to keep our dignity. And the black rose will burn to keep our dignity. And the black rose will burn to keep our dignity. And the black rose will burn to keep our dignity. And the black rose will burn to keep our dignity. And the black rose will burn to keep our dignity. And the black rose will burn to keep our dignity. And the black rose will burn to keep our dignity. And the black rose will burn to keep our dignity. And the black rose will burn to keep our dignity. And the black rose will burn to keep our dignity. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Now we're just going Untertitelung. BR 2018 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 Ich denke mal, da kommt jetzt nichts mehr. Was mir gerade aufgefallen ist, wenn man da das Mother... ...hab ich eine Maus? Nein. Wenn man das Mother wegnimmt, dann kommt da... ...also Ree und... ...Edee. Reed. Hä? 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 Okay, jetzt ist sogar die Musik aus. Dann gehe ich jetzt da ins Hauptmenü. Ähm... Wenn ich ehrlich bin, ich hab's nicht verstanden. Ist sie Celeste? Ist sie die Schwester von Celeste? Wieso kannte... kannte die Gloria sie? Ich hab's nicht verstanden. Entweder hab ich echt Story verpasst. Oder ich bin zu dumm. Oder ich versteh's einfach von dem Wissen, was man hat, nicht. Keine Ahnung. Ich mein, also diese Inszenierung finde ich echt schön, ja? Aber dieses Ende. Also dieses Wegrennen. Und dass das nicht funktioniert hat. Und dann, dass sie mich dauernd gesehen hat. Und dass sie dann einfach komisch... ...also nicht eine Runde läuft, sondern plötzlich wieder... ...also... ...so läuft und dann so... ...was man von da hinten eh schon schlecht gesehen hat. Und dann einfach da stehen bleibt. Das verzeihe ich dem Spiel nicht. Das verzeihe ich dem Spiel einfach wirklich nicht. Und... Nee. Und ich weiß immer noch nicht, warum ich dann plötzlich was hinsetzen konnte. Und davor die ganze Zeit nicht. Ich hab echt keine Ahnung. Ich war... Also... Die Story an sich, also... ...war cool. War... War... War an sich... ...also für mich unvorhersehbar. Weil ich wirklich dachte, das wär halt die ganze Zeit Celeste, die... ...ne gespaltene Persönlichkeit hat. Und nicht... ...der Vater. Und... Aber ich versteh halt nicht, wie sie jetzt die... ...die... ...die... ...die Rosemary da mit... ...drin hängt. Ich versteh's wirklich nicht. Aber... Ansonsten... ...die... ...die Story wurde an sich gut rübergebracht. Außer, dass halt diese... ...diese ganzen Verfolgungspassagen ein bisschen... ...zu viel waren. So ein bisschen Story zwischendurch geben... ...während man läuft in... ...Safe-Zones wär echt ganz cool gewesen. Da hätte man nämlich Ruhe gehabt... ...und hätte auch Story suchen können... ...und dann... ...Story bekommen können. Hätte ich ganz cool gefunden. Und ja, wie gesagt, dieses... ...die... ...die fand die Rätsel ein bisschen... ...blöd. Also... ...in dem Kontext fand ich sie blöd. Wenn es ein anderes Gameplay gewesen wär, dann wären die Rätsel okay gewesen. Aber entweder hätte das Gameplay anders sein müssen, oder die Rätsel. Weil... ...ungespoilert... ...hut ab für jeden, der sich's ungespoilert angetan hat... ...und nicht nachgeguckt hat, wie irgendwas funktioniert, weil... ...mit Ruhe hätte ich vielleicht... ...also wär ich vielleicht drauf gekommen. Und wenn, dann hätte ich's irgendwann gefunden, weil ich alles abgesucht hätte. Aber... ...also... ...viel nachgedacht hab ich in diesem Spiel nicht. Das konnte ich, wenn die Cutscenes da waren. Und selbst das hat mir nichts gebraucht, weil ich trotzdem nicht verstanden hab. Yay! Naja... ...dann... ...dank fürs Zuschauen und vor allem... ...wenn du das jetzt hier noch siehst, ja? Respekt. Ja? Respekt, dass du's so lang durchgehalten hast. Und danke. Dann... ...bis zum nächsten Mal. Danke nochmal. Tschüss! Ich hab's geschafft! Yay! Juhu! 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 Juhu!